Hallihallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Infinity SkyBlog mit Milla Wo bist denn du? Da wo du die ganze Zeit rumgelunkelt hast Guck mal die hat mir meinen Lebenssaft ausgesaugt, ich hab nur noch ein halbes Herz Wir haben es geschafft einen Eimer zu machen Achso, Milla hat es geschafft einen Eimer zu machen und hat hier die schöne Trophäe bekommen Wo ihr Name eingetragen ist mit Datum Eine Bucket Trophy Eine Bucket Trophy? What the fuck ist hier los? Ah, heier Ich verarscht Wieso? Ich konnte gerade diese Sugarcane Teats nicht einpflanzen Habe ich die gerade mit anderen Sugarcane Teats gemacht und ich konnte trotzdem einpflanzen Ja klar kannst du die nicht einpflanzen Und ich habe für diese Stöcke? Nein, du brauchst dafür äh 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 Du kannst die erstens nur hier Also nur direkt am Wasser und nicht auf den Ecken Habe ich ja? Und zwei Ja aber dann musst du die Erde anders machen Die darf Nee Doch Uh, jetzt wär ich gut Nein Darf die nicht sein? So, jetzt Nee, geht auch nicht Probier die anderen Geht nicht Wie geht nicht? Das muss gehen Nein Auf jeden Fall brauche ich jetzt was zu futtern Aber Agrica braucht eigentlich diese Stöcke Ich guck mal eh von Haben wir noch irgendwo was zu futtern? Ja da Silkwurm Wie geht die Wer hatte recht? Wer hatte recht? Wer hatte recht? Wer hatte recht? Wieso? Mit was? Lol Toll. Scheiße. Ja, du kannst ja. Ähm. Warte, wir können die anderen auch an die Schacke pflanzen, dann können wir die immer so aberdeln. Oh, Kartoffel. Kartoffkis. So, machen wir hier. Ups. Ne, hier ist ja hier. Ne, gib mir die Kartoffel, die pflanzt direkt klein. Ja, ich hab immer Hunger. Ist mir doch egal. Ja, da nimm die Kartoffel. Ne, ich krieg die nicht eingepflanzt. Ich hab sogar ne poisene Kartoffel. Ähm. Ach so, da, ich hab ja die Silkworm geparten. So. Äh. Den kann raus, kann raus, kann raus, kann raus. So, ähm. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Leben regenerieren. Ich guck mal da zum Opfer. Mal hier in die Truhe, bevor dann verloren geht. Jo. So. 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 Hier drin ist nur ein Skelett. Das kann nicht sein. Wuuu. Ich fang mal ein bisschen an die Bäume hier abzuhacken. Nein, du blöde Skelett. Ich wollt. Ach so was nicht, das hat Gefühle. Du blöde Sau. Komm, komm. Ich fiste dich zu Tode, du Skelett. Du. Oh. Okay. Soll ich jetzt gehen? Soll ich mir ein bisschen Zeit geben? Ne, ne, wir sind schon im dunklen Raum. Okay. Okay. Ich hab zwei Knochen. Oh. Oh, okay. Und zwei Bogen. Äh, zwei, zwei Pfeile meine ich. Yay. So. Okay. Das heißt, genau. Nula macht schon wieder das Richtige. Dann helfe ich mal dabei. Macht immer das Richtige. Wohl, warte. Wer von uns beiden hat die Backe, Trophy. Ja, Angeberin, du. Oh, du bist einfach. Angeberin. Aber ich finde es schade, dass kein Vayne Miner drauf ist. Gut. Ja, mit Vayne Miner, dann klickst du eine Taste und dann klickst du da ein Block kaputt. Ja, na gut. Aber das macht auch ein bisschen Minecraft so. Das wäre ja alles zu einfach. Ja, aber gut. Was, 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 was soll ich da sagen? So, ich muss jetzt erstmal hier wieder... kurz was in Soundeinstellungen machen. Nein. Doch. Ach nein. Doch, weil... Doch, weil unsere anderen Zweigen wir schon hier... So viele Spam? Ja... Jo... Weil du nur sowas. Ach, ja, ja. Wer lacht so, schreibt es in die Kommis. Ich weiß es, ich weiß es. Echt wer? Wie darf ich dir das sagen? Wie darf ich dir das sagen? Mein Öhrchen Mein Öhrchen Das rückt keine gute Laune aus Wir haben voll schlechte Laune Eigentlich wie immer Total DT immer und so So Total Drum hängen wir auch den ganzen Tag auf Minecraft Servern ab Na gut Und Dead by Daylight Servern und Ja das machen sowieso nur Psychopathen Also das Spiel kann nur Psychopathen sein Okay Ich find's auch echt geil Aber jetzt hast du auch einen riesen Baum abgehört Nee noch nicht Du musst da noch hoch Jaa Der muss hoch Der muss hoch Was für Pfui Der muss hoch Hoch Jaa Das nennt man Disziplin Für was? Das gibt's überall Hallo Disziplin muss drin sein Wo drin? Sorry Könnten sie das noch mehr genauer ausführen? Ausführen auch noch? Nicht nur erläutern Nein Auch Ausführen Ja fürs Ausführen Da muss ich mal vorbeigucken Ach Gott Du Hä? Wieso bauen wir das so schnell ab? Achso war das gleiche Du bist so schön Toll Ne ich cheate weissh Ich cheate Was? So was macht man nicht Wieso? Ich liebe meine Bucketroffee Am 4. November 2016 Geil Kann ich noch mehr so was kriegen? Klar bestimmt Wir könnten eine Erde machen Dann könnte man ein größeres Feld anlegen Ich mache Erde Hehehe Einen Job geklaut Job geklaut Alles klar Da hinten steht noch ein Baum Machen Sie den Setzlingen oder? Ja Weil man bleibt Zwei Sexsetzlingen da Ja Ja Ich gebe gerade mal hier Machen wir den Baum hier Oh Kartoschki ist fertig Machen wir ja schon Kartoffeln oder auch hier Weizen Ich würde mehr Weizen machen Weil aus Weizen kann man Brot machen und Kartoffeln können wir nicht braten Natürlich kann ich Kartoffeln braten Ne Kann ich hier nicht Warte 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 Äh Haben wir Kohle 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 Nicht Kohle Warte Baked potato, cooking oil, and a skillet. Leute? War wohl nicht so easy-weezy, ne? Ne. Okay, also wir müssen jetzt erstmal Clay herstellen. Dazu braucht man viel Dust. Und dazu braucht man einen Hammer. Okay, wie krieg... Hab ich? Oh, aber ich bin gerade am überlegen, wie wir das am effektivsten machen, dass wir nicht da immer dran stehen müssen. Hm. Recapistoren haben wir jetzt genug. Und das ist doof, hier alles so von Hand ab zu warnen, das erfordert viel, viel Zeit. Aber guck mal, was für eine schöne Map wir bisher haben. Das ist really, 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 nein, jetzt hab ich nochmal einen Hammer drin. Ja, gut. Die Kartoffeln kann ich auch nicht ohne die Stäbe anbauen. Null. Ich habe ja bisschen... Ich bin gerade mal irgendwie nach dem Hammer. Ich bin gerade mal irgendwie... Ich müsste mal am besten gucken, dass wir das irgendwie automatisiert kriegen, dass... Ich verstehe das nicht mit den Sugarcanes, warum wir die nicht anfassen? Ich auch nicht, ich guck halt mal nach, ich guck mal den Sugarcanes ein. Wie ich festgestellt habe, ist das SmartPath, das ist ein SmartPath, das ist ein SmartPath, das zeigt wieder ein anderes, wie ich immer gezockt habe. Ja, du wolltest ja was Neues, jetzt hast du was Neues. Ja, und das ist heiß. So, ähm, Crush. Crush. Rockcrushing. Crump-Mutation. Aus Baumhander. Ich hab ja schon. Block aus Stil und Pisten, alter Foof. Was denn? Also wir können in einem phytogenen Insulator machen. Was ist das? Äh, lol, ich suche hier eigentlich gerade, wir haben entweder einen Rockcrusher von Rae, oder, was gibt es noch? Da muss doch, Automatic, Automatic System Trap, Automatic Seed hätten wir, Automatic Camera, daaa, Inver, Anvil, ne Pisten, und, ok, das kriegst du aus Iron, das ist easy, halt, den Hammer brauchen wir. Anvil, Iron, ok, wir brauchen viel Iron. Dann wird die Mela bestimmt gleich wieder, ähm, ihrer Lieblingsbeschäftigung nachführen. Ja, ne, wir brauchen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können, brauchen wir, äh, 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 Ton. Das heißt... Oh mein Gott, ich will grad vermitteln. Halt, warte mal, haben wir nicht Ton? Ein bisschen hatten wir noch, ja. Wir haben 5 Bricks. Ja, wir brauchen, äh, den Groth, oder wie das Zeug heißt. Äh, ich bin grad am überlegen. Machen wir das schon besser, weil wir brauchen ja Sand, Klee und... Können wir nicht so einen Pulverisierer oder Zertrummerer einfach erstmal bauen? Mh, den Automatik haben wir, den könnten wir eigentlich schon bauen, wenn wir Inver hätten. Ja, haben wir doch ein bisschen. Und ich kann jetzt einfach ja noch mehr herstellen. Also, auf jeden Fall noch mehr... Wie, wo, was? Wo ich Inver? Oh, hast du denn keinen Inver? Kint, Halu, Nickel, Silber, Yellowie, Iron, Platin... Nö. Wie kriegt man denn immer? Ähm... Indem du, ähm, Iron und Nickel machst. Also das heißt, wir brauchen einen Schmelzer. Ja, und dazu brauchen wir die Squirrelwood. Was hast du? Äh, das Gemisch aus Klee, Kies und Sand. Ja, dann machen wir das. Ja, das heißt, jetzt muss jede erstmal hier... Einer wieder Sand machen und der andere wieder Wasser und Dreck mischen. Wasser und Dreck? Ja. Ja, für Dinge von uns. Ja, genau. Dann machen wir wieder T-Wall. Ja, wir könnten aber rein theoretisch auch nur Timelapse draus machen. Dann wäre die Folge schnell, also... Was macht er? Dann würde die Folge aber auch länger gehen. Hm. Oder wir machen es in der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Oder... Wir spielen einfach nochmal weiter. Was auch ne Möglichkeit wäre. Da wir ja keine Eile haben, wäre das eigentlich... Okay, ne? Ja. So lange wir gut vorankommen... Ja, ich komm doch schon. Ja, da macht einer von uns jetzt ganz viel Sand und der andere macht Dreck. Ja, aber wir können auch... Kannst du das so machen? Ne, wir müssen eh voll viel machen. Also würde ich sagen... Mach erstmal... Ich glaube, wir brauchen ein paar Stacks durch. Ja, aber was denn Sand? Sand oder Dreck? Ja, Sand. Sand brauchen wir mehr als Dreck, ne? Ja. Da reicht einer, ja. Ja, wir brauchen ja von allen gleich viel. Also wir brauchen Sand. Wir brauchen Clay. Und wir brauchen Gravel. Ja, ja. Aber Dreck brauchen wir ja für Clay. Und aus einem Dreck kommt ja viel Clay. Also brauchen wir dafür nicht mal weniger. Bei mir ist schon wie ein Huhn runtergeplumpst. Wie aus einem Dreck? Wie ist ein Huhn? Soll man das wieder einfangen? Äh... Ja, kann man machen. Aber was für Dreck? Hm? Ja, hier... Äh... Ich hab doch... Nein, nicht da runter. Du machst aus Last und Wasser machst du... Äh... Klee. Ja, Staub. Staub mein ich doch Dreck. Ach so... Sag das doch. Ich denk grad. Hä? Was willst du mit Herbel denn? Ja, das zweite Runde ist auch unten drücken. Nee, das ist irgendein andern. Super. Bill Müller hat das super gemacht. Wir haben auch schon drei Haus wieder. Mann, Mann, Mann. Ja. Und die legen jetzt Kaya. Ja, dann können wir eigentlich mal eine Hühnobatterie machen. Weil ich hab auch ne... Ein Ei im Inventar. Die drei liegen glaub ich schon in der Kiste. Ja, ich musste grad nur den Satz noch am Ende ein bisschen verändern. Aber wir brauchen ja bestimmt 20, 30 Eier für uns. Bis mal ein oder zwei Hühner rausplotten. Äh... Nö, muss nicht sein. Warum wachsen die ganze Zeit vorhin wieder neben dir? Was hier los? Hushush. Die mögen dich. Die stören nicht beim Arbeiten. Ach so. Oh, ich bin schon wieder am Verhorn, Alter. So entmischt aber auch. So. Jetzt erstmal was futtern. Erstmal was futtern. Ja. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Boah. Na gut, dass wir inzwischen ein Feld haben. Ja, ich foto grad Würmer. Gebratene. Ja. Seine Leibspeise, ne? Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass der Hammer so lange hält. Und dass der kaputt geht. Welcher Hammer? Den, wo ich im Inventar hab. Ach so. Den, den du hergestellt hast. Ja. Aber kannst du den nicht auch wieder mit Stein reparieren? Wenn ich Steine im Inventar hätte, vielleicht. Das reicht. Du bist wieder grad am abbauen. Oder hast du keine mehr? Hm. Nein. Hm, hm, hm. Ich müsste den Scheiß nochmal machen. Nein. Was müsstest du das nochmal machen? Ich hab keinen Stein im Inventar. Sprich, ich kann mir keinen Hammer machen. So. Aber kannst du den unten bis. Kannst einfach wieder einen Staura. Einen Stein reinlegen. Ja. Warte. Aber ich glaub mit dem Hammer geht das gar nicht. Ich muss immer mit dem neuen machen. Ähm. Wo haben wir denn? Ähm. Wir brauchen ein bisschen Holz. So. 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 Das raus. Dann ein bisschen Stein. Und da. Du bleibst da. Du bleibst da. Du bleibst da. Gute Krok. So. So. Zwei. Zwei. Was lässt du? Ne. Nix. 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 Ich glaube ich hier oben auf meinem Mount Everest. Aha. Ok. Muss ich das verstehen? Ne, ne. Mount Everest, ich würde eher sagen Schieferturm von Mila Arsch So Leute, die Folge ist schon wieder rum Milla baut sich wieder hoch Ja, ich mache immer Schluss, das ist ganz klar Ich sehe es, ich sehe es Aber das war es jetzt für diese Folge Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Ich würde mich über ein Abo, ein Like oder ein Kommi freuen Milla auch Wir sehen uns bei der nächsten Folge Bis dann, ciao, tschüss, euer Drina IP